revenge mit gegner jetzt gibt es auf die fresse jetzt gibt es jetzt gibt es ach du scheiße ich habe keine kleinere jungen was hat er da verloren was sein gut dass er irgendwie ich kämpfe gegen mexikanischen engel dreckige haufen scheiße so ja kommt julio hau ab julio mexikanische engel ich kümmere mich um den drachen ich kümmere mich um julio jose jernandes julio jose jernandes das solltest du vielleicht rausschneiden gar keinen fall hallo ausgerannt julio jose jernandes jose 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 jr 9 die geisteskranken engel drachen getreten ich glaube nicht kannst du irgendwie hochspringen probiere mich dazu kommen und schwierig ich glaube die beiden drachen gehören zusammen lebt noch wer außer den drachen außer den drachen du lebst noch ja ich lebe noch ja ich lebe noch ich wollte gerade sagen ups nein ja ey cool ein schnauze alter was oh julio jose jernandes ganz alles hat aufgeräumt junior senior junior er hat gerade beide drachen um und raus geworfen okay okay also spaß beiseite alles was gesagt tut mir leid ich habe angst dass er mich findet ey Junge der rassigt ja hast du das gerade drauf wie ich ihn runter gedockt habe? ne ne? schlusser war da aber geschade ich bin jetzt einfach mit einer kopfluss ins gesicht gerannt lebt noch jemand hey hey maschine ich hab zwei rausgehauen ich hab einen rausgehauen stimmt ich hab den wichtigen rausgehauen ah julio jose jernandes ganz alles junior amen amen brother boah ich hab den drachen ey der drache ist ja nur noch tot ich hab den gerade dreimal ausgenommen miteinander schau mit ihm viermal äh was macht Julio da? der chillt der chillt drücke gerade drei Tasten gleichzeitig um mich hoch zu kommen nein ja ich bin bei dir nein hi hilf ihr hoch ich komm nicht hoch alter Julio hängt da Julio kommt zu uns Julio wir haben gerade synchrone kopfluss verteilt Aua wir hatten den gedanklichen Countdown war getimed das ist wir beide wer hat mich da ausgekriegt wer hat mich da ausgekriegt scheiße tschüss bro du sollst die hand schon nach oben machen ja nochmal raus nochmal komm ungern nochmal nein hast du gesehen wie ich leblos über diese Kante gefallen bin hast du gesehen wie ich leblos mit dem Kopf da draußen rumgehangen hab ja spannend hast du die Aussicht genossen aber toll hab nur Höhener ist deswegen mich ohmächtig geworden aha ok ich glaube man ist tatsächlich schneller ausgenockt oder? äh es kann sein zumindest habe ich so das Gefühl mit denen wow auch ok naaa 1 nie so semi nice noch mal Gondol und die hatten wir noch gar nicht voranzubstheirn ja okay tschuldigung zwei im fahrstuhl jaja auf dem scheiß ist immer ins da raus geflogen der drache als einfach geworfen der drache das sein partner verloren jetzt gibt es auf die fresse ich habe das brett mitgenommen aus versehen nein das ist nicht dass sie fallen hat mein gesicht du hast mich geschlagen ach so tschuldigung na dann ich kann nichts dafür dass du mit deinem gesicht in meine kopf reinläuft was meine kopf bist du trieb ich weiß auch nicht was er will aber noch nicht er ist voll auf mich fixiert ist er weg nein er ist nicht weg ich wusste es wie auf dein kopf gesprungen ist richtiger kranker bastard kranker typ echt jeder wieder hochkam die hat kopf gesprungen mexican standoff mexikaner der hat einen hofen scheiß in der hand umgedreht der hoffen scheiß hat drachen in der hand julio jenandes junior ist ja was zum stehen wieder mit dem haufen kacke jedoch kaputt weil ich sehr los mit dem die scheiße fliegt das soll ich nicht so laut rufen das kommt nicht so laut rufen ja ist ja nicht gesprungen das sieht so aus warte mal ganz kurz wir müssen ganz kurze aufzeichnung machen äh warte kurz ich glaube ich bin übelst glücklich mit meinen füßen aufgekommen und habe mich dadurch gerettet das war weniger glücklich und weniger gerettet arschbomben in die hölle es sind noch drei es sind nur noch drei